Also ich würde auf jeden Fall gleich sagen, wir nehmen uns erstmal das Dach vor. Wir machen gleich ein bisschen Jump'n'Run, Parkour mäßig und ja, ich zeige euch ein bisschen mal die Fabrik aus einem anderen Winkel, aus keinem richtig starken, wackeligen Winkel, aus einem richtig schönen entspannten Winkel. Let's beginn, wo fangen wir eigentlich an? Genau, da vorne hatten wir unseren netten Stuhl. Das hier, wie gesagt, vor uns ist direkt ein Hochbunker, voll geil. Ich muss, ich darf auch nicht vergessen, ich darf meinen Kopf nicht stoßen, sonst habe ich meine GoPro mit in den Arsch gesetzt. Okay. Na gut, da ist die Leiter. Dann machen wir mal weiter. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie ich wirklich crazy bin. Ich würde sagen, bevor wir die machen, machen wir einmal den, da haben wir einen schönen Ausblick. Sehr wackelig, der Scheiß. Naja, ist nicht viel, schaffen wir. Tasche lassen wir unten. Hab ja alles bei mir. Naja, was soll ich sagen? Ja, eine schöne Sicht. Scheiße. Aber ihr seht, wir haben ein großes Dach vor uns. Ein enorm großes Dach. Das ist kein kleines Spiel hier. Wir haben ein altes System. So, mit diesen typischen, ich nenne es immer Geigerzähler, Uhren. Ja, aber es ist noch etwas älter hier. Also alles, was ihr hier seht, das ist nicht hochmodern. Das ist so, ich würde mal schätzen, nur 90er. So, 90er Jahre in der Fabrik. Aber ihr seht, es ist cool. Naja, die sind drin. Okay, das ist schon mal schlecht. Da brauchen wir schon die Taschenlampe. Hab ich auch schon bereit. Hallo? Gut, ist keiner hier. Ja, was war das für Räume? Ich würde halt alles mit Fliesen immer auf Kühlräume setzen, aber ich denke, hier waren Maschinen drinne. Gut, hier war ich noch nicht. Ist ja auch nett. Cooles Graffiti. Achso, Handy ist da. 154 Zuschauer. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ja, an diesem grünen Gebäude sind halt die Leute drin. Ich will halt jetzt ganz schlecht. Also gut, Polizeifolgen auf GoPro ist auch interessant, aber ja, ja, ist jetzt nicht so eine interessante Sache. Guck mal, das geht noch alles weiter, die ganzen Dinger da. Sehr gemütlich, ja, sehr gemütlich. Wenn ihr neu seid gerne reinfolgen, so ein Content bekommt ihr jedes Mal bei mir. Wohin fährst du? Dann gehen wir mal nach oben. Jetzt sind wir in der oberen Etage. Hier muss ich auch ein bisschen achten, weil hier der Boden auch schnell verschwinden kann. Man riecht von hier aus das Fleisch. Also ich denke mal, hier war die Lüftungsanlage. So da hinten ist auch die Lüftungsanlage. Ja gut, das waren die Lüftungsanlagen hier oben. Weil man riecht hier sehr stark den Fleischgeruch. Also so eine gute Currywurst. Was ich mache, zu meiner Sicherheit, weil ich diesen Dingern hier gar nicht traue, Ich laufe jedes Mal auf den Stahlträgern entlang. So brauche ich auch keine Angst zu haben, dass man so ein Ding wegflutscht. Ja, jetzt sind wir an der fast obersten Etage. Es geht halt noch ein höher und noch ein höher. Also ja, wir sind auf jeden Fall zwei vor den höchsten. Was mir hier auch gerade aufgefallen ist, hier ist einfach Öl. Oder ist das Tierfett? Riecht ab. Das riecht nach Tierfett. Kann nix sein, wie heißt das? Dieses Schweinefett kann das sein. Das riecht mies nach Gelatine, stimmt. Es kann Gelatine sein. Und das ist ja, wo wir gerade standen. Weiß nicht, kommen wir hier raus wieder? Auf ein Spantomio? Tatsächlich. Und schon sind wir wieder draußen. Immer kurz gucken, ob hier was steht. Jetzt sind wir an der zweithöchsten Stelle. Und hier gehen wir auch schon direkt einen höher. So. Jetzt sind wir an der immer noch zweithöchsten Stelle. Jetzt sind wir an der zweithöchsten Stelle von diesem ganzen Quatsch hier. Das erkennt man daran, dass neben mir die höchste Stelle ist. Ach, ich Idiot, Digga. Ich Idiot. Ich hab das jetzt erst gesehen. Und ich lauf da auch noch so breitmäßig rum, ey. Gott. Es ist besser erklären, was sie genau abgefunden hat in dieser Fabrik hier. Das war so dieser Einladeladebereich. Also diese... Ja, wir packen ihn ins Lager und wir lagern es eben ein. Unter uns hier, unter diesem weißen Dach da und ich glaube hier und drunter, war die Produktionshalle. Hier oben waren mehr die Filteranlagen und Kühlräume. Da. Was war da denn? Das ist ja... Ich kann das gar nicht schlecht zuordnen. Wenn ich hier gearbeitet hätte, hätte ich das, glaube ich, besser gewusst. Ja, da müsste so ein Büro sein. Wenn mir hier 100 Coins reinsendet, das ist ein Euro, dann riskiere ich mein Leben mal ganz kurz. Zumindest kann ich mir dann Kaugummi kaufen für 50 Cent. Jetzt kurz den ganzen Kabelkram hier wieder rein. Irgendeine Sau hat mich doch jetzt in der State schon gesehen. Also irgendwann muss mich hier gesehen haben, muss ich mal eben sagen. So wie ich hier gerade auftanze. Huh, okay. Wow, die Rohre sind hier mies verrostet. Wir gehen doch mal lieber rein. Ich freue mich, ich habe 50 Cent gemacht. Zum Teil freue ich mich nicht, weil ich gleich eine Anzeige kriege. Ach, Mann, oh Mann. Gut. Dann riskiere ich meinen Arsch. Wir kommen am besten daran vorbei. Gut, wir dürfen nicht da, wir müssen hier lang. Das ist halt der längere Weg und der ist halt ein bisschen ätzender. Das werdet ihr gleich schon merken, warum das ätzend ist. Das Dach sieht auf keinen Fall sicher aus. Das Ding läuft noch. What the fuck. Oh. 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 Ja, nett. Eine Etage tiefer. Gut, dann sollte ich lieber nicht darauf gehen. Wenn die mich nicht sehen, habe ich... Oh, die werden mich sowas von sehen. Okay. Okay. Ja, ich habe einen schon gesehen, Digga. Lol. Okay. Schaffst du, Emre. Mach den James Bond Move. Mach den James Bond Move. Oh, ich wurde schon wieder gesehen. Einfach durchrennen. Komm. Drei. Zwei. Eins. Go. Oh. 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 Wie geil. Was habe ich auf Kamera, Digga? No, je länger ich überlege, je dummer mache ich es auch. Okay. Yes. Dann gehen wir jetzt rein. Hier sind wir jetzt so eine Art Büroteil. Wo man erkennt so ein bisschen, hier sind noch einige Sachen drin. Zum Teil, ja, solche Wiege-Maschinen. Hier ist ein alter Röhrenfernseher. Ja, Server ist drin. Sehr viele Sticker. Und Kabel wie Sau. Und was ich immer am meisten geil finde, ist das hier, Digga. Das ist richtig cool. Könnt ihr überhaupt alles sehen? Ja, ihr könnt alles sehen. Das ist voll geil, Digga. Das ist voll genial. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Die Tür war immer zu. Das ist krass. Also, bei mir war die Tür immer hier zu. Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Leute, hier war ich selber noch nie. Ich bin auch gerade das allererste Mal hier. Scheiße. Wir sind in dem abgebrannten Teil. Hier war ich selber noch nie. Scheiße, wie das auch. Guck mal, wie ich Digga tschüss. Die Dinger halten sich gar nicht mehr, ey. Ich habe das Gefühl, wir treffen gleich vom Obdachlosen. Was? Das gehört... Das gehört auch noch dazu? Diese monströse Halle? Das ist der einzige Teil, wo ich noch nie war. Also, das ist kein Scheiß. Hier war ich wirklich noch nie. Ich bin immer auf dem Dach gewesen. Aber noch nie unterm Dach. Hier riecht es auch voll nach Fleisch, Bruder. Hier ist schon auch noch was mit Fleisch abgefackelt. Bruder, das klingt so unvertraulich, ne? Vor allem, wenn ich den wackel lasse, da wackelt der andere auch noch. Bruder, never ever, das hält mich doch noch. Guck mal, die Schraube da oben hat auch keinen Bock mehr. Naja, wir werden es gleich hören, wenn es gleich einmal klack macht. Okay. Gutes, wir sind draußen. Schlechtes, wir sind auch gar nicht mal weg. Die dümmste Idee. Die wirklich dümmste, dümmste, fucking dümmste Idee ever. Wir werden jetzt sehr auffällig sein. Wir werden jetzt fucking sehr, sehr auffällig sein. Ich werde mich jetzt nicht verstecken. Oh, ich werde mich doch vielleicht kurz einmal verstecken. Na ja, wohin fährst du? Okay, der fährt weg. Oh doch, da ist Licht an. Da ist bestimmt jemand. Kann ich nicht irgendeinem zuwinken? Irgendeiner Sau? Ich will echt jetzt gerade jemand zuwinken, Digga. Jetzt, wo ich hier schon laufe. Ach, da sitzt einer. Da sitzt einer. Hallo. Hallöchen. Weiter winken, Emre. Mach den positiven. Mach den positiven. So. Hä? Wer ist das denn? Was los? Ach komm schon. Ich will nur... Sonst. Mein Kollege, wenn er dich jetzt gepackt hat, der mit Volk nicht geht. Dann kommt was, was du wollt. Nee, nee, ich bin Lost Placer. Sag das was? Ja, klar. Ich bin doch nicht der Erste. Aber wir wollen jetzt vorbeifahren. Echt? Bin ich der Erste? Wir sind hier nicht der Erste. Alright. Ich bin kein Lost Placer. Oder Lost Placer. Dann einfach über sieben leer fliegen. Aber es ist kein Lost Placer. Es kommt einfach hierhin. Weil im Prinzip, wenn hier was passiert, egal wie auf Saar du bist, wir sind einfach mal die Dächer morgens. Wer bist du hier hochgekommen? Ähm. Wie gesagt, ich komm jetzt auf die Halle auf. Und ich weiß, wo die Türen sind. Und ich dann... Türen? Wo kommt der Tür hier hoch? Ähm. Wenn ich drüchte, dass die Leute haben, ich habe mir gewusst, warum mein Selbstbestatt ist. Der lässt sich eigentlich jeden einfach so weit und guckt und Fotos machen und so. Aber wenn er nicht da ist, muss ich leider erst mal sagen, dass du mein Selbstbestatt ist. Alles gut. Aber wie gesagt, uns hat der Koffe so. Es ging 10 Uhr morgens. Es ist ja am anderen Ende der Halle. Ja. Danke. 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 Mun Jakob. ��고. Bis zum nächsten Mal.